Der Markt spult einfach sein Programm ab. Wir haben es ja schon angedeutet, es ist wohl zu erwarten, dass es noch ein bisschen tiefer geht. Der DAX heute abermals mit einem Gap nach unten aufgemacht und das Niveau bisher noch nicht wirklich wieder verlassen. Ihr seht das hier im 4-Stunden-Chart. Viel und lange müssen wir gar nicht drüber reden, denn es ist mehr oder weniger das, was wir gestern mal angedeutet haben, eben das Programm, das jetzt hier abgespult wird. Die Korrektur, die dann frühestens erst eigentlich wieder so ihr Ende finden sollte, typischerweise zumindest mal im Rahmen von 15.000, sagen wir 600 von mir aus, wenn wir wohlwollend sind, bis runter 300, notfalls auch 200, aber irgendwo in diesen Bereich rein. Damit müssen wir wohl rechnen. Das deutet sich an, das hat sich angedeutet, in dem Moment, wo wir hier die Überschneidung haben, dass das eben nicht mehr das bullische Bild ist, beziehungsweise eigentlich nur einen Tag früher, dadurch, dass das so dynamisch nach unten gegangen ist, war schon nachvollziehbar. Der große Bullen-Run auf direkten Wege, der ist zumindest mal angehalten. Ist das notwendigerweise das Chaos für den Bullenmarkt generell? Wir hören im Moment so viele schlechte Nachrichten, so viele Überlegungen, Mensch, jetzt gibt der Markt und so weiter. Möglich ist das. Ich weiß es nicht. Der Chart sagt nur, dass wir immer noch eine bullische Chance haben, solange wir oberhalb dieser Marke bleiben, im einigermaßen nahen Umfeld. Natürlich gibt es immer später, früher oder später wieder eine Chance für die Bullen, aber so langsam wird das natürlich eng. Also keine Sorge, es hat sich nichts verschlechtert seit gestern, seit vorgestern, denn das, was wir hier haben, das ist quasi das nächste Programm, was da abgespult wird. Vorsichtig, noch ein kleiner Hinweis. Hier habe ich jetzt angedeutet, das ist ein durchaus typisches Verhalten. Man nennt es eine Flat-Korrektur, die endet hinten relativ scharf. Manch einer sagt, das habe ich doch schon mal gesehen. Genau, ich mache euch mal ein anderes Beispiel. Nämlich, ihr seht das hier, dreiwellig runter, dreiwellig hoch und nochmal scharf runter. Das seht ihr hier, dreiwellig runter, dreiwellig hoch und danach nochmal scharf runter. Das ist nichts Außergewöhnliches. Ich weiß, viele haben immer gesagt, ja, hier das mit Corona, das ist einzigartig. Nein, es ist nicht. Alle, die Hälfte der Korrekturen, so muss man sagen, sehen in etwa so aus. Natürlich war das Ausmaß jetzt auf einem großen Zeitplan, aber ihr seht, das Verlaufsverhalten ist so ziemlich das Gleiche. Vielleicht müsste ich es etwas steiler sogar zeichnen, als ich es hier habe. Naja gut, aber das können wir uns vorstellen, aber in einem Rutsch runter. Es gibt eine Alternative, die sieht so aus, die ist statistisch gesehen nicht ganz so wahrscheinlich, aber immer noch recht typisch. Das ist eigentlich das Gleiche, wenn ich die mal übereinander lege. Wieso kommt das Gleiche raus? Richtig. Diese Variante hat aber nochmal einen Umweg, nämlich da ist diese letzte Bewegung klassischerweise dreiwellig. Ja, ist das ein Detail, was wichtig ist? Naja, vielleicht insofern, dass der eine oder andere sich gewogen fühlt. Ah, guck mal, es geht wieder hoch. Jetzt kann ich massiv wieder einkaufen. Vorsichtig. Eigentlich müssten wir hier unten erst hin. Das heißt, selbst wenn er hier einigermaßen hochkommt, wenn es korrektiv ist, dann erst recht nochmal die Shortseite mitspielen. Das sind dann noch keine guten Anzeichen für den Bullenmarkt. Für den echten Bullenmarkt bräuchten wir etwas, was gut nach oben geht, korrektiv nach unten geht. Dann haben wir mindestens die Chance, dass sich das nochmal wiederholt. Ihr kennt das Lied. Das ist immer das Gleiche. Das wäre, also ich sage mal, mindestens die Chance. Das wäre zumindest das typische Verlaufsmuster. Und das ist durchaus für die Orientierung nicht so schlecht, wenn man das im Hinterkopf behält. Also ihr seht, ich bin wenig hoffnungsschwanger, dass es jetzt vorher schon dramatisch dreht. Wenn, habe ich euch gerade aufgezeichnet, wie das dann ungefähr aussehen müsste. Also wir müssen uns wohl damit abfinden, dass es so um die 15.400, wie gesagt, plus, minus, notfalls 200 Punkte geht. Erst wenn es da durchgeht, also die 15.100, dann öffnet sich das nächste Türchen bis unter, oder bis zur 14.000, vielleicht auch sogar noch unter die 14.000er Marke. Da ist also dann nochmal ein neues Fass, was dann aufgemacht wird. Alles, was oberhalb ist, wäre immer noch völlig legitim, dass der Kurs anschließend nach oben geht. Dann würde man sagen, ja, war eine Korrektur, waren ja auch blöde Nachrichten, die da waren. Aber wir glauben an den Bullenmarkt. Na gut, also, ob der Anstieg im Anschluss, also dieser hier, gesund wäre, das ist eine ganz andere Geschichte. Aber die Marktteilnehmer machen nicht immer alles, was gesund ist. Der eine oder andere fühlt sich bei seinem eigenen Ernährungsplan ertappt. Das mag bei den Marktteilnehmern auch so sein. Denn typischerweise ist das nicht unbedingt ausschlaggebend. Auch wenn ich natürlich volles Verständnis habe, die Nachrichten, die Zahlen, die Daten, die sehen nicht so gut aus. Darüber werde ich heute noch mit Dr. Jörg Rahn mich austauschen, euch das Video zeitnah zur Verfügung stellen, dass ihr das mit nachvollziehen könnt. Also freut euch drauf, dass ihr bis morgen spätestens dieses Video dann eben angucken könnt und seht, was die großen Marktteilnehmer, und er gehört wirklich zu den ganz großen Marktteilnehmern, was die so da rauslesen, wie sie damit umgehen und wie sie ihre Entscheidungen aufgrund der Datenlage dann eben aktuell auch treffen. Also spannend von ihm zu hören, was er dazu zu sagen hat, was die Märkte im Moment gerade durchmachen und was er erwartet, wie es denn da weitergeht. Und wir wollen den Spagat schaffen zwischen Chart-Technik. Bildet sie das ab? Ab wann gibt sie Frühwarnung oder dann sinnvolle Ein-Ausstiegs- oder sogar Short-Signale? All das wollen wir uns dann mal anhören oder angucken. Also freue ich mich, wenn ihr das auch anschaut. So, wir gucken aber noch mal einmal auf den Dow Jones. Der ist jetzt da, wo wir ihn gerne gehabt hätten. Also er hat das wunderbar gemacht. Er darf auch noch ein bisschen tiefer fallen. Also diese Kiste war ja eigentlich im Rahmen einer normalen Korrektur sowieso. Also völlig normal. Und nachdem es steil runterging, korrektiv nach oben, dann ist es halt recht typisch, dass es danach nochmal runter geht. Wenn ihr euch jetzt fragt, hast du das gehandelt? Nee, also für mich ist der zu hoch gewesen. Das ist jetzt schade, weil er doch gut gelaufen ist. Trotz alledem, die Erwartungshaltung ist dann auch für mich Short. Aber wenn er den so hoch gemacht hat, nahezu auf dieser Höhe, dann mag ich das nicht mehr selber umsetzen. Das ist häufig nicht mehr so sinnvoll von der Umsetzung. Zumindest nach unseren Regeln, wie wir unseren Trade gestalten. Aber das muss ja nicht für alle gelten. Trotz alledem, wenn ihr sowas seht, wisst ihr stark nach unten. Wenn ihr sowas seht, okay, die Gegenseite ist schwach. Und dementsprechend die Erwartungshaltung, dass es sich nochmal fortsetzt nach unten. Und zwar da, wo es einigermaßen symmetrisch wäre. Das sind jetzt hier diese Marken. Das heißt, da ist jetzt aktuell die Unterstützungszone. Der Markt in Amerika, der Dow Jones ganz konkret, hätte also eine gute Chance, jetzt einen Boden zu finden und dann entsprechend umzudrehen. Müsste aber auch erst mal tun. Wir können ja mal gucken, was wir im 5-Minuten-Chart oder 15-Minuten-Chart sehen. Noch ist das nicht wirklich auf Umkehr getrimmt. Mal sehen. Also wenn es wirklich eine Umkehr gäbe, dann würde ich jetzt hier im Nachmittags-Chart, das könntet ihr euch mal entsprechend merken, da müsste es in etwa so eine Bewegung geben, also irgendwie was stark nach oben und schwach nach unten, dann würde ich sagen, okay, das ist schon mal ganz gut. Aber das reicht noch nicht. Ihr seht, hier war das schon so ähnlich. Gut, das war nicht in der Zielzone unbedingt, aber so, dann hätte es aber auch hier triggern müssen. Das hat er nicht gemacht. Im Gegenteil, ist nach unten weg. Also ihr seht schon, drei Komponenten brauchen wir, oder vier theoretisch irgendwo, wo es Sinn macht zu drehen. Das hätten wir gerade. Anschließend scharfe Bewegung, anschließend eine schwache Bewegung in die Mitte wieder zurück und dann triggern der letzten Zwischenhochmarke. Da wäre dann der Entry mit Erwartungshaltung das gleiche wie hier nochmal zu sehen und dann wird entschieden, ob er weiterläuft oder dreht. Aber man hat, wenn man hier dann einsteigt, eigentlich eine ganz gute Möglichkeit, bis dahin erstmal, wenn der Kurs bis dahin dann läuft, den Stop, wo man ihn auch immer am Anfang platziert, hier drunter oder tiefer Richtung Einstieg nachzuziehen. Und wenn es dann wirklich dreht, hat man halt nicht wirklich was verloren. Vielleicht sogar noch ein kleines Plus. Wenn der Kurs weiterläuft, ja, dann freut man sich, dass man recht frühzeitig da eingestiegen ist. Also für die Intraday-Gucker und Trader vielleicht etwas, wo ihr ein Auge draufwerfen solltet, was nicht uninteressant ist. Die nächste spannende Marke ist dann tatsächlich das Hoch von Juni, Mitte Juni. Da sollten wir dann spätestens dann anfangen anzuhalten. Das ist ein bisschen tricky hier zu erklären in zwei Sätzen. Ein Grund ist, ich mag keine Überschneidung, insbesondere gleich großer. Das ist hier so ein bisschen überschneidend. Ihr seht das hier an den grünen Marken. Aber als Daumenregel irgendwo hier in diesem Bereich möchte ich, dass der Kurs spätestens dann dreht. Ich möchte eigentlich gar nicht mehr, dass er bis da runter geht. Oder bis hin von mir aus, aber idealerweise oberhalb der Marke. Dann sind wir da relativ safe, was das Ganze angeht. Der S&P natürlich ähnlich. Wir haben es mehrmals angesprochen. Im Großen haben wir hier die 4.500er Marke. Also da wird es dann jetzt auch mal Zeit. Und das ist eine Art Frühindikation. Wenn der Kurs jetzt hier einfach durchfällt, wie ein heißes Messer durch Butter da durchgeht, dann sollten wir uns die Frage stellen, was ist der Plan? Dann wird nämlich die nächste Unterstützung erst wieder hier unten sein. Das ist dann diese Maßgröße, die wir hier haben. Und da möchte ich auf keinen Fall, dass wir da unterschreiten. Also spätestens an der Stelle wird es dann richtig böse. Mit richtig tiefen Erwartungen nochmal, was die Zukunft angeht. Da sind wir aber noch ein gutes Stück von entfernt. Achtet nur drauf, wenn ihr jetzt hier wie Butter durchgeht durch diese Zone. Dann müssen wir uns langsam Gedanken machen. Okay, stellen wir uns auf diese Größe noch ein oder nehmen wir lieber die Gewinne mit, die wir bis dahin auf unserer Longseite haben und machen später wieder auf. Also das wäre dann die andere Alternative, die ich dann eben als etwas aktiverer dann bevorzugen würde. Ihr seht hier, wir hatten hier schon mal so eine erste Box für eine Zielgröße. Habe ich auch gezeichnet schon hier und das wäre auch unsere Erwartungshaltung. Wenn er hier das gemacht hätte, wenn er hier das gemacht hätte, wäre ich an der Stelle Long gegangen. Und ihr seht, er hat es nicht gemacht. Also sind wir natürlich nicht Long gegangen. Es wäre ja noch schöner, denn der Markt hat nichts gezeigt, was auch nur annäherungsweise für die Long-Richtung spricht. Selbst in dem 15-Minuten-Chart, ja, da waren mal starke Bewegungen, aber das hat nicht gewackelt hier. Das ist steil wieder runter. Und hier ist es mal hochgegangen, aber es ist überschneidend hochgegangen. Also ebenfalls nichts. Also hier war nichts dabei, was auch nur im entferntesten dafür lockt für die Longseite. Für die ganz kurzen war hier mal was Schub, wackele ich runter und noch mal Schub. Also da seht ihr, Mindestziel so ungefähr erreicht, aber eben nicht weitergelaufen. Aber insgesamt gab es hier null Ambitionen für die Longseite. Dann gehe ich da auch natürlich nicht Long. Also ihr seht, das kann man eigentlich ganz gut im Chart abschätzen. So, der Nasdaq, der hat noch ein bisschen Platz. Da muss ich sagen, bei dem könnte ich mir sogar noch vorstellen, 15.000 hier die Zone, wenn ich mal meine Zeichnung zur Seite schiebe. Ja, dann sehen wir, boah, das würde noch ein bisschen erlauben. Also ihr seht, diese Größe wäre jetzt das, was ich hier jetzt vorrangig erwarten würde. Damit müssen wir allerdings rechnen. Das sind immer noch 400 Punkte, vielleicht sogar 500, weil es darf auch ein bisschen tiefer gehen. Das ist, die untere Kiste ist so ungefähr 14.800 hier. Ihr könnt euch so wenig orientieren an den Juni-Zwischentiefs gegen Ende Juni an den Tiefs. Ja, also bis dahin, okay, also er darf millimetermäßig auch tiefer gehen. Es ist also nicht eine Hardcore-Kante, wo man sagt, ein Cent tiefer oder ein Punkt tiefer sitzt der Stop. Aber bis dahin wäre noch eine normale Größenordnung, also sogar eine erwartbare, nicht nur irgendeine, ja, kann ich akzeptieren, sondern, nein, nein, das ist ein normales Rücksetzer-Niveau. Ja, das dürft ihr nicht vergessen. Es ist natürlich unattraktiv, wenn ich irgendwo kaufe, will ich nicht, dass er runter geht. Wir müssen ihm aber auch erlauben, zwischendurch eine Korrektur zu machen. Und diese Größe der Korrektur, also diese Größe und diese Größe sind gleich groß, ja, das ist genau das Bild, was wir da aktuell haben. Also, seit gestern nicht viel passiert, deshalb machen wir jetzt hier an der Stelle Schluss. Gebt ihm noch ein bisschen Raum, was die Höhen angeht. Wenn ihr mal einsteigen wollt auf der Long-Seite, wartet auf irgendwie sowas. Haben wir aktuell überhaupt nicht, also kein Grund hier vorzeitig auf die Long-Seite zu gehen. Wer jetzt sagt, kann ich da nochmal shorten irgendwo? Ja, dann wartet wenigstens, dass ihr irgendwie mal eine Korrektur bekommt, die irgendwie, also möglichst wackelig ist oder dreiwellig ist und euch dann ein bisschen Platz zu den Tiefs hat, damit ihr den Stopp auch nachziehen könnt. Also, den hier finde ich zum Beispiel völlig ungeeignet. Warum? Wenn ich hier jetzt Short gehe, das ist zwar auch A, B, C, aber ich weiß ja nicht, wie tief das geht und ich habe wenig Raum, quasi gar keinen, den Stopp schon mal nachzuziehen. Ja, das ist zwar doof, weil ja, dann kann man ja nicht traden, ja, dann offensichtlich halt nicht an der Stelle, aber wenn er mir sowas bietet und ich gehe dann hier Short, also wenn er dann das bricht, dann habe ich zumindest die Erwartungshaltung, dass er das Tief hier wieder erreicht. Das heißt, während er von da nach da noch runterplumpst, kann ich dann anfangen, den Stopp hinterher zu ziehen, damit, falls ich dann doch falsch liege, es halt nicht ganz so teuer wird. Also, es kann ja sein, dass der Kurs doch vorher noch mal dreht. Er muss nicht direkt jetzt auf einen Rutsch da runter gehen, das ist nicht gesagt. So, in diesem Sinne, euch jetzt alles Gute, haltet die Ohren steif, ihr seht, noch ist nicht die Aktienwelt verloren, der Bulle ist noch nicht ganz vom Tisch, in Anführungsstrichen, aber es ist noch ein bisschen Platz nach unten, das müssen wir wohl noch ertragen und dann erst wird entschieden, ob im großen Bild die Marktteilnehmer sagen, jetzt haben wir die Faxen dicke, jetzt gehen wir da raus. In diesem Sinne, euch alles Gute und liebe Grüße.